Musik Hallo und herzlich willkommen hier beim großen Baumaufstellen am Breitscheidplatz. Ich durfte ja live dabei sein, wie der Baum geschlagen wurde. Ich durfte live dabei sein, wie er hierher gebracht wurde. Ich habe ja versprochen, ich passe auf, dass das Teil hier gut ankommt. Bislang hat das auch sehr gut geklappt. Also ich glaube, man kann sehen, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Baum. Die nächste Schwierigkeit, jetzt natürlich, wir müssen den Baum zum Schweben bringen. Und das passiert jetzt durch Mirko und seinen Kran. Mirko sitzt da drin in seinem Kran und hat eine überdimensional große Kette. Und diese Kette wird jetzt befestigt an der Baumspitze und hebt ganz einfach den Baum an. So einfach ist das und dann sehen wir gleich den fliegenden Weihnachtsbaum vom Breitscheidplatz. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Musik Das hat die Welt noch nicht gesehen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. 皆さん, selecting die Welt noch nicht gesehen. Und darauf wird jetzt eine neue Kirche, Episode 10 am T 아니. Man kann dann diese habe ich mir nicht gesehen, weil sie gehört, wenn sie Bocken betreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Spannungsgeladene Untertitelung des ZDF, 2020